Das Flugzeug wird angetrieben von einer JetCat P100 und verfügt über ein FEMA-Einziehfahrwerk. Die DG 800 haben wir übernommen von der Firma Schauberger. Das ist ein extrem stabiles Segelflugzeug. Die Kraftplänzen sind in Vollkohlebauweise erstellt und verfügt über einen extrem stabilen Vierkant-Kohle-Hollen. Das Modell ist erhältlich ab 3.000 Euro inklusive Einziehfahrwerk als Seglerversion und als Zubehör gibt es einen Turbinenaufsatz für die JetCat P100. Das Flugzeug ist ein All-Composite Flugzeug mit 4 Karbonfiber Wings. Es hat einen Femal-Eintracht und hat eine sehr starke Konstruktion mit einem 4-Headbrake Stahl. Das Flugzeug ist extrem stark und kann über 300 Kilometer mit diesem Glider gehen ohne Probleme gehen. Das Flugzeug ist von 3.000 Euro aufgrund von 3.000 Euro aufgrund von der Schleimung. Und es kommt bereits mit dem Lendengear und ist sehr viel pre-fabricated, wie alle unsere Optionen sind. Und die Turbineinstallation ist nicht möglich als Option. So, bitte kommen Sie bitte an unsere Straitboost hier, gerade in fronte der ersten Zend. Schauen Sie sich an den Glider und Sie haben auch noch eine JetCat P100 für Sie. Das Flugzeug ist der sehr erste Kip von einem Daniel SU 27 UB Flanker. Diese können wir leider noch nicht im Flug zeigen. Die SU 27 UB Flanker, unser weiterer Messe Neuhart, auch ebenfalls bei unserem Stunt zum Zuge gutachten. So, Andreas wird jetzt gleich die Turbine ausschalten und wird dann im Gleitflug zur Landung kommen. Und dann werden Sie sehen, dass auch im Segelflug dieses Modell extrem stabil ist. So, Andreas will now, oder has now, shut down the engine and will now show us the performance in gliding. Amazing speed, this airplane picks up. Und jetzt hier im schnellen Vorbeiflug, Sie sehen, wie stabil das Flugzeug ist. So, by looking at the airplane you see how strong those wings are, they barely move because of their very strong carbon fiber construction. So, now Andreas will lower the landing gear, deploy the speed brakes, I guess, if you can see, for a quite fast and long landing. Ja, da ist sie gelandet, Andreas Gietz mit der DIGI 800S.